Schönen guten Abend. Ich habe mir das heutige Duell, oder nennen wir es doch ganz normal TV-Konfrontation, mit Eva Zeglowitsch angeschaut. Vielen Dank fürs Kommen. Sie ist Meinungsforscherin, arbeitet für IFES. Die Frage, die ich mir als allererstes gestellt habe, Frau Zeglowitsch, war das jetzt ein wichtiges oder ein unwichtiges Duell? Ist das irgendwie für beide wesentlich gewesen? Was mussten beide hier erreichen? Also die TV-Konfrontationen sind wichtig, weil sie eine große Reichweite haben, nicht nur die Leute, die es anschauen, sondern auch die Berichterstattung darüber lesen. Und es ist jetzt für beide darum gegangen, die eigenen Wählerinnen und Wähler, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig überzeugt waren, zu mobilisieren, zu begeistern. Und dann geht es natürlich auch immer darum, Unentschlossene noch anzusprechen mit den eigenen Themen. Für NEOS geht es natürlich auch darum, nicht unterzugehen in einem möglichen inszenierten Kanzler-Duell und klarzumachen, warum auch eine Stimme für eine der kleineren Parteien in diesem Wahlkampf eine wichtige ist. Jetzt ging es um Steuern, es ging um Mieten, es ging um Privilegienabbau, Arbeit, Pensionen, Studiengebühren. Waren das die richtigen Themen für diese beiden Herren? Also die Themen waren natürlich besonders spannend, weil das Themen sind, wo sie sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Und was bei den Themen aufgefallen ist, ist, dass hier jeder in seiner Rolle geblieben ist. NEOS-Chef Strolz war hier sehr offensiv, hat viel kritisiert, hat sozusagen seine besonderen Feindbilder, die Länder, Länderfürsten, die Gewerkschaften, die verkrusteten Strukturen immer wieder erwähnt. Und Kern auf der anderen Seite hat als Kanzler hier sozusagen ruhiger, pragmatischer dagegen gehalten. Und insofern war das jetzt nicht überraschend, dass hier jeder einfach in seiner Rolle argumentiert hat. Strolz hat ja ein Tafel gezeigt. Zieht das immer noch, das gute alte Tafel? Tafel sind immer ein bisschen ein Hasardspiel. Kommt das sozusagen gut? Ist das ein Eyecatcher? Redet man da drüber, so wie wir jetzt? Oder ist das was, was schon ein bisschen sozusagen aus der Mottenkiste ist? Weil Tafel gibt es schon recht lang. Aber es ist immer dazu da, sozusagen um irgendetwas in einem sehr einfachen Bild zu zeigen. In dem Fall ging es um die Mieten, wo sich die beiden Parteien sehr stark unterscheiden in ihren Positionen. Und dafür hat er es eben eingesetzt. Jetzt würde mich interessieren, wir haben eben so Dinge gehört, wie die Verkäuferin oder aus dem Südburgenland, die Landeshauptleute als die Fürsten der Finsternis. Wir beide, wir schauen uns ja eigentlich alle TV-Konfrontationen an. Insofern ist das ja relativ untypisch. Aber wir hören diese Beispiele immer wieder. Also das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch in den weiteren Konfrontationen immer dieselben Bilder, Sprachbilder auch kommen. Geht das den Leuten auf die Nerven oder ist das egal? Also ich denke, den wenigen, die sich wirklich so viele Duelle anschauen, denen wird das auffallen. Und da gibt es dann vielleicht den einen oder die andere, die das stört. Die meisten Menschen schauen sich nicht alle Duelle an und schauen sie sich auch nicht sozusagen komplett an, sondern lesen vielleicht nur nachher, was darüber geschrieben wird. Wichtig ist, dass man hier in der Sprache nicht sozusagen phrasenhaft wird. Und wenn das in einem normalen Gespräch eingebaut wird, sind Beispiele immer gut, weil sie komplexe Materien einfach verdeutlichen können. Worauf wir zuerst nicht eingegangen sind, Sie haben gesagt, es ist für Kern auch wichtig, sozusagen quasi seine Kernwähler zu mobilisieren. Ist ihm das gelungen in einer Phase? Also es war ganz zum Schluss eine Phase, wo es um Studiengebühren gegangen ist, wo er das Beispiel genannt hat, dass er selber nicht hätte studieren können. Das ist sozusagen was, was sehr klassisch SPÖ-Wähler anspricht. Das ist so der kreisgische Traum. Ich denke mal, das war auf jeden Fall eine Stelle, wo er besonders die eigene Wählerschaft angesprochen hat. Kam allerdings sehr spät. Ja, es waren vorher auch immer wieder Beispiele. Bei Strolz war das ähnlich. Da kommen auch die Schlagworte oder die Keywords, die man braucht, damit man die eingefleischten Neos-Wähler, Neos kann man noch nicht so lange wählen, aber die überzeugten Neos-Wählerinnen und Wähler ansprechen kann. Also das haben beide immer wieder eingebaut. Strolz war da sicher offensiver. Aber die Möglichkeit hat es für beide Seiten gegeben. Sie haben ja auch Umfragen für die SPÖ schon gemacht. Dieses Spiel, das die beiden gespielt haben, dass sie sozusagen miteinander immer wieder Gemeinsamkeiten suchen oder zumindest zu tun als ob. Ist das nützt das beiden Parteien oder ist das egal? Also Umfragen zeigen uns, dass zwischen Neos und SPÖ keine sehr großen Wählerbewegungen stattfinden können. Da geht es, wie gesagt, stärker darum, die eigenen zu überzeugen, als jetzt unbedingt vom Gegenüber Stimmen zu gewinnen. Und das war die Strategie, die beide verfolgt haben. Ihre persönliche Meinung ging diese Konfrontation über die üblichen Phrasen hinaus? Meiner Ansicht nach ja. Wer jetzt noch vier solche Duelle sieht, wird sich wahrscheinlich dann irgendwann einmal schon eine Strichertliste machen können. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank fürs Gemeinsam Schauen. Ja, ich möchte mich verabschieden. Bei uns geht es am kommenden Dienstag weiter. Da ist dann die nächste Konfrontation. Bis dahin, auf Wiederschauen und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.